Hey Freunde, kannst du mit meinen Freunden post? Kannst du mit meinen Freunden post? Du hast ja damals echt mal was aufbauen können. Ein paar Muskeln, dann hättest du dich vielleicht mit Farid und einem Kollegen besser verstanden. Seit der Zeit haben die ja auch gepumpt, man. Hättet ihr jetzt wirklich zusammentun können und Mucke machen können. Stattdessen wolltest du wohl eher Ecstasy, Crystal oder keine Ahnung was ihr da genommen habt. Die ganze Zeit nehmen und Party noch machen. Ja Party ist schön und gut, aber so kommt man natürlich nicht voran. Natürlich habt ihr auch Mucke gemacht, damit habt ihr euch ein bisschen was aufgebaut. Das ist schon mal eine ganz klare gute Sache. Aber hättest du Fitness durchgezogen, hättest du jetzt vielleicht ein neuer The Rock werden können. Der deutsche The Rock überlegt dir das. Das wäre doch extrem fresh gewesen. Dass du noch mehr Mädels abkriegen kannst. Okay du hast Mary, keine Frage. Da muss man sagen, erste Sahne, da gibt es keine Diskussion. Aber da werden natürlich auch noch mehr drin gesehen. Weißt du was ich meine? Okay meine Freunde, das ist fast wie du von nur einem Boss. Aber wie den Gleck nicht vergessen meine Freunde. Bis zum nächsten Mal meine Freunde. Genau. Bis zum nächsten Mal.